Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme slash Ausgabe vom Brutal Legend Let's Game. Boah, das Spiel ist mir ein bisschen viel zu laut, warte mal kurz so. Okay, was ich ja gerade gesehen habe, ich war gerade im Menü oder sowas in der Art. Ich habe ganz viele Volltreboote, das heißt, ab zur Motorenschmiede und dann sie ein bisschen verbrauchen. Im Moment kann ich mir jetzt auf den Teufel upgraden, aber ich denke mal nicht, das wird doch dauern. Da muss ich erstmal hier auf der Map besuchen, da ist es ja auch. Danach geht es dann auch zu dieser Zerstörungstor oder wie die auch heißt, keine Ahnung. Also, muss ich ja dahin, da diese Tour da, das dicke Auto, das da steht, das ist ja die Tour da, die hier gleich am Laufen sein wird. Hier muss ja überall Metal sein, überall Metal in der Luft sein. Komm, ja, da bin ich schon dran. So, ab zu diesen Typen da, das sind alles irgendwelche Metal-Rock-Berühmtheiten, was weiß ich, was. Die ganzen Typen und so. Das ist auch eine Berühmtheit. Ich kenne die aber gar nicht. Der Hüter des Metal heißt dich, erneut Willkommen. Ja, wieder, neut Willkommen. So, Teufel, ja. Oh, yeah. Zölzscher Nito-Kanister, mächtigere Boosts, kürzere Abkühlpausen. Abkühlphasen, meint ich. Leistungspaket. Oh, das Auto verändert sich denn auch. Das ist natürlich geil. Höre maximal Geschwindigkeit. Das auf jeden Fall. Dann zeige ich dem Wichser da, hier aufs Maul, dem Typen da, der mich überholt hat. Schwerer, schwerer zu zerstören und zusätzlicher Ramschaden. Ja, 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 ja. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und danach noch zusätzlicher Nito-Kanister ist auch gar nicht einmal so schlecht. Boah, ja, jetzt ist das Auto geupgraded. Jetzt wird rasiert. Warte mal, ich gehe mal noch zu Primärwaffen. Ja, Primärwaffen, komm. Ah, ja, ja, ich kann mir Waffen kaufen, Sekundärwaffen. Man kann nie tödlich genug sein. Seitenbrenner. Das ist ja der Blutspeier. Ja, nutze die kranke Technologie der Tainted Coil, um tödliches Blut auf deine Feinde zu speien. Ja, komm, habe ich dann zumindest etwas. Zumindest etwas. Da ist ein Seitenbrenner. Seitliche Flammenauspuffrohre. Aha, Lackierung. Karenseiten, Axt. Spezialattacken. Spezialattacken, was habe ich denn hier? So, ah, da sind diese ganzen Akkorde und so. Ja, Teufel Upgrades habe ich ja alles im Netz hier Primärwaffenmaschinengewehr. Das brauche ich, um zum Beispiel hier eine Nebnis unterzumachen. Er hat mir gesagt, du hast keine Waffe an dem Teufel, brauchst du, um hier mitzumachen. Was für ein Wichser das auch waren, ey. Aber meistens kann ich das da auch nicht machen. Ja, das Auto ist viel geiler. Dökelschiff, um einen Nidu-Boost einzusetzen. Oh, ja, der ist jetzt viel schneller. Aber er beschleunigt immer noch nicht viel schneller als damals. Ja, boah, alter ist das Ding schnell. Zack, muah, das war ja richtig geil. Das war ja richtig geil. So, die Tour kann beginnen. Die große Tour hier im Spiel. Mit dem muss ich reden. Da ist Ophelia. Hallo, Ophelia. Hallöchen. Diese Armee hatte ich mir immer erträumt, Eddie. Unglaublich, dass sie Realität ist. Ja, kein Problem. Na, was sagst du? Hey, warum trainierst du nicht? Mein, das hat meine Kampfpuppen. Was? Hallo, Kumpel, was sagst du? Ein White wird mich angreifen. Wir tragen den Kampf zu ihm, Edward. So, was muss ich machen, damit ich fahren kann? Ich weiß gar nicht. Seid ihr bereit für die große Vernichtungstour? Äh, was sagt die Map? Äh, wupp, aktuelle Mission. Da ist die aktuelle Mission. So, ab nach da hin. Nach da hin. Nach dort hin. Äh, ah, da, da muss ich hin. Der ist, ah, da ist dieser Typ da. Der Techniker. Der keine Ahnung hat, was ein Techniker ist. Ein paar Stunden noch. Starte die Touren. Jetzt, natürlich. Oh, ja, ja. Sehr schön. Dann habe ich noch Zeit, ein paar Waffen für den Druidenflug aufzutreiben. Ja, 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 ja. Ohne Waffen geht gar nichts. Eddie. Was? Hm? Oh, tut mir leid. Ich war kurz in Gedanken. Bin gleich wieder da. Ach, kaufen jeder Motorenschmiede Waffen für deinen Teufel? Ach, ich brauche sie jetzt für die Mission. Ja, toll. Ich habe auch keine Feuertribute dafür mehr. Vielleicht, wenn ich jetzt die Motorenschmiede da befreie, habe ich dann genug. Mal schauen, ob ich dann genug habe. Ich denke mal, nicht. Wir patrouillieren. Also, hier sind ja über, das befreie ich jetzt einmal, diese Motorenschmiede hier. Hier sollte es noch ein paar Drachen in der Nähe geben. Eigentlich sind überall die Drachen. Da kommen Reliktjäger. Eins, zwei, drei, zwei, hier, 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 hier. Schon besser. Nö, ich habe nichts erhalten. Toll. Super, super. Scheiße. Äh, was gibt es denn hier so schönes? Da ist ein Drache. Da ist ein Drache. Und hier sind wir bei dieser Hände. Die leuchten irgendwie mit Blitzen oder Blitzen einfach nur so weg. Komm, aktivier. Hier, plus fünf Feuertribute. Fünf weitere, bist du auch mal Goldens Belohnung oder so. Vielleicht gibt es da noch ein paar Drachen. Äh, sieht nicht so aus. Ne, doch, da ist noch ein Drache. Da. Ah, ne. Den armen Igel will ich nicht töten. Den armen Killer-Igel. Hallo? Hallo? Alles voller Liebe. Stirb. So, vier weitere bis zur, bis zu Oma Goldens Belohnung oder so. Ich will mal noch vier finden. Mal schauen, was das für eine Belohnung ist. Vielleicht was schönes. Wenn man hier runterfällt, dann ist man tot. Das ist doof. Aber was soll's. Oh, hier ist was. Klickjäger. Aktivieren. Eins, zwei, drei, zwei. Hier, hier, hier. Oh, Halt, Daddy. Was haben wir denn hier? In Black Motorhead. Aha, ich denke, ich habe einen neuen Song gehalten. Für Dingens. Also fürs Auto, für die Jukebox. In der Auto. Äh, Junge, in der Auto. Nein, in dem Auto. Also fürs Auto. Für die Jukebox. Oh, hier kann man das anschauen. Da krieg ich noch paar Vor-Ei-Tribute. Ich brauch hier. Ich muss hier jetzt ein paar sammeln. Ja, komm. Was gibt's denn hier so schönes? Oh, 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 oh. Wer ist das denn? Eigentlich. Das weiß ich nicht. Irgendwelche Typen. Die ich nicht kenne. So, nochmal 10 vor heute Reboot. Ich will aber erstmal noch diese anderen vier Drachen finden. Boah, ist so ein bisschen dunkel, das ganze Game hier. Weil ich wieder tagsüber spiele. Äh, b-b-b-b. Wo, wo ist denn eigentlich der Teufel? Hallo, Teufel? Teufel? Nee. Ei, äh, Folge der Musik. Folge dem Metal. Ja, ich hab nicht gefunden. Bam, Schwörbwixer. Gewerkt wird mir eigentlich Waffen. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. So, vielleicht gibt's denn hier ein paar Drachen. Hier drinnen. Äh, ja, ja, ja. Zurück, 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 zurück. Und hier durch. Vielleicht gibt's hier ein paar Drachen. Drachen. Drachen sieht nicht danach aus. Ei, 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 ei. Komm, zurück. Ja. Jetzt hier rüber. Komm, Teufel, du packst das schon. Ja. Okay, jetzt muss ich aber... Ha, komm. So. Ich muss aber hier Drachen... Uah, bloß nicht runterfallen. Ich muss hier Drachen suchen. Ich hab da einen gefunden. Hab ich einen gefunden, Drache. Stehenbleiben, aussteigen, Drache aktivieren. Powerslide. Come on, Drache. Hier kommt mein süßer Nettel. Yeah, fünf Volltribute mehr. Reins Auto und weiter geht's. Ähm, noch drei Drachen brauch ich. Dann gibt's hier noch ein paar. Am Ufer. Nein, 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 boah. Ich will nicht sterben. Ich denke, wenn man stirbt, dann resport man einfach und es passiert nichts Schlechtes. Nein, 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 boah. Ich bin fast tot. Wieder gewesen. Nur fast. Äh, was ist das denn? Ah, das ist dann noch ein Tier. Hä? Wo gibt's noch Drachen, ey? Ich will noch ein paar Drachen. Gib dir Drachen! Drachen! Wo bin ich eigentlich? In welchem Arsch? Irgendwo in irgendeinem Arsch. Ja, eindeutig. So, ähm, wo gibt's hier? Wir halten das langsam. Ja, ja, macht mal schön. Ja, ja. Ähm, da sind die Feen. Ich versuch's mal jetzt einzusammeln. Schnell sie einfach mal Feen. Nitro! Ja, Feen eingesammelt. Yay, was hab ich jetzt erhalten? Yay, zehn Volltribute. Sehr fein. Zehn Volltribute mehr. Schadet nicht. Schade ich. Ich find keine Drachen. Ist auch so dunkel gerade. Dieses Tag und Nacht. Dieses ganze Tag und Nachtrhythmus. Ja, der ist schön. Aber in der Nacht sieht man wie halt weniger. Und erst recht, wenn man hier tagsüber spielt, dann erkennt man gar nichts. Ja doch, man erkennt etwas. Aber viel schlechter die ganzen Sachen ja, die hier auf dem Bildschirm abgebildet sind. Also bei mir zumindest. Je nachdem, wie ihr und, äh, also wie ihr jetzt schaut. Also, ja, tagsüber oder abends. Und, äh, je nachdem, auf welchem Gerät ihr das halt schaut. So, ich muss dann, äh, zu einer Motorenschmiede und upgraden. Wo ich mir dann später die Drachen... Motorenschmiede. Motorenschmiede. Ah, hier ist ein Drachen, aber der ist schon geöffnet. So. Ich muss die Map aufmachen. Sonst finde ich nicht zur Motorenschmiede. Ich bin zu doof. Ach, da ist sie. Boah. Nebenan und ich find's nicht. Boah, ich bin ja hier super am Start. Rein da. Come on, geh auf. Yeah, reingejumpt. Jumpt, jumpt, jumpt. Yeah. Und, was sagt der Typ jetzt? Der sagt eigentlich schon mal was anderes. Du hast den Schlaf des Hütters des Metal gestört. Jo, jo. Das ist schon klar. Ach, hier gibt's uns auch die gesperrten. Irgendwas, um dir Gäste vom Leib zu halten. Hör, alles gesperrt. Was ist das denn? So, jetzt wird's langsam. Ah, weil ich meine Schieneweil auch umgehen muss. So, und jetzt ist alles... Ah, jetzt ist alles andere. Reinsperrt, okay. Ja, aber mit zehn Feu-Tremoten kamen nicht viel anfangen. So, raus da. Bis später. Rock'n'Roll! Yeah. So. Und dann ab zur Hauptmission. Yeah, yeah, yeah. Äh. Nee, komm, die Dinger will ich aber jetzt ein-collecten. Kommt her. Und eigentlich will ich noch die Drachen finden. Also es ist jetzt Tag. Jetzt sehe ich auch besser. Rum, 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 rum. Kommt her, Feen. Genau wie in Rayman oder so. Da sind auch diese... Ah, Feen! Nein, 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 nein. Die... Euch will ich nur einsammeln. Euch will ich einsammeln. Los geht's. Noch ein Jump. Letztens habe ich verkackt. Diesmal aber nicht. Komm, dritter Versuch. Drei ist doch eine gute Zahl. Nein, komm. Jaaaaaaah. Kommt her. Yay. Zehn Feuertributo. Sehr fein. Und Drachen. Eigentlich... Ich gehe mal nochmal dahin, wo ich daherkam. Vielleicht gibt es da noch ein paar Drachen. Also nur ganz kurz. Nur ganz kurz. So, 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 so. Sollte es eigentlich noch ein paar Drachen, denke ich, mal geben. Nicht schon diesen einen Drachen da. Einen Pistdrachen. Sollte es mehr Drachen geben. Also nicht nur den einen, der... Okay, hier sind irgendwelche Hände. Da war noch ein Drache, ja, ja. Okay, und... Auf dem Friedhof oder was das ja auch ist, gibt es wirklich keinen Drachen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also jetzt guck ich mal tagsüber nach. Weil in der Nacht hab ich ja nichts gesehen. So, vielleicht... Find ich ja... Vielleicht bin ich ja jetzt... erfolgreicher oder da ist was da ist was ja 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 was sie ich denn da hier ist was geliebt jäger gibt mir nur ein song oder was so ist genau was es mir gegeben hat ich weiß es gar nicht egal so jetzt geht es aber wirklich zur mission ob ich jetzt auch aus dem video wieder rauskomme okay rechtlich ist für blut links die geschießen geil stört bütches stürmen kann man nun endlich schießen was wir natürlich gar egal ist ja natürlich alles supergeil ach scheiße ich mir jetzt in dieser stadt da drin kacke wo muss ich eigentlich hin da muss ich hinkommen daran nicht mal hier durch die stadt weil fahren geht ein bisschen schwierig durch diese stadt hier da sie so kacke ist hallo banger freunde hallo 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 ja wo ist denn der ausgang würde mich sehr interessieren ja wo kommt man raus hier ja hier kommt man raus und dann gehe ich dann auch zum mission da sehe ich auch den dicken truck iron hätte ja ja hätte da ist der techniker denn ich weiß dass er was ein techniker ist los geht's kumpel ein paar stunden noch starte die tour jetzt was 20 sekunden es ist zeit ich brauche nur 10 los geht's los geht's hier 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 alle einstellen ist egal was passiert ja ich habe mich um alles was versucht uns aufzuhalten oh oh was sind das denn für typen da große vernichtungstour biete dem konvoi gleitschutz bla 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 aha ganz entspannt den hauptstraßen folgen dem straßenverlauf weiter folgen scheiße wer ist das denn nein was sind das denn für bitches feuer einer tot nix da stirbt waren der nächste ok anscheinend will hier jemand der das ding kaputt machen stirb stirb habe ich gesagt dumm junge der nächste der nächste der nächste aber was sind das denn scheiße ich darf mich das ding verletzen lassen ja ich weiß erledigt habe ich gesehen ich bin nicht blind band der nächste obwohl kommt jetzt das erledigte ja einmal hatte gesagt aber danach nicht mehr sterben sterben fickenreiter fickenreiter oder so weiß ich wie die heißen ja ähm ja sterben sterben gut ok ich weiß gar nicht wo ich jetzt hin muss fahr ja 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 die mucke ist natürlich cool die läuft na keine feine mehr was wo ich sehe nix nein da kommt ein wichser ich muss ihn einhalten sterben versucht da ich nur vornmaschinengewehre habe das ist ein bisschen schade und das blut hier das kommt gar nichts irgendwie oh ah ich kann die ganze zeit damit schießen das ist natürlich geil ohne aufzuhören die ganze zeit wenn ich jetzt stehen bleibe wo ist der wichser was ah da ist der hohrensöhne da sind die hohrensöhne ah ne jetzt mein blut zu ende fahrer back im game ne jetzt nicht mehr stirbt wie lang dauert das hey wie lang dauert das noch du du komm immer mehr stirbt hier 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 immer so ein geräusch wenn er sein Funkgerät anmacht als ob er grad nachlädt oder so ein maschinengewehr oder so was in der art ah da ist nur ein wichser von hinten bleib mal stehen warte auf ihn ich glaub die wollen die straßen blockieren was wo wer was eine straßen blockade das gibt hier jetzt stress leute nein sie kommen alter digga 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 feuer feuer kann man nicht mit beidem schießen entscheidend nicht ja ich weiß dass es nicht gut aussieht stirbwixer alter das blut ist gut das blut ist gut stirbt das blut ist schon gut scheiß es raucht schon das auto ich brauche nitro nitro ich muss retten was ist los oh da ok geschafft boah ich hab schon gedacht ich pack das nicht aber hab's doch irgendwie gepackt ok geiles auto yeah verpisst du euch hier bitches na ja das sind die unterkünfte von lionwides wache und dahinter kommt die schlucht des pfählers lionwides turm liegt genau auf der anderen seite worauf warten wir ja mach den bus leer wenn ich zurück bin wird gekämpft oh yeah brutaler sieg yeah 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 gib mangos bescheid wenn die zeit für die schlacht gekommen ist ja stimmel deine gitarre ja ja komm ja sehr fein gestimmt so neue objekt in der amatoren schmiede verfügbar wir sind siegreich sein come on los geht's geht's geht's